Mein Name ist Ika Rea, ich bin die Geschäftsführerin der Schokoladendruckerei. Wir fertigen aus feinster belgischer Schokolade und erlesenen Zutaten Schokoladen und Pralinen, die wir individuell bedrucken mit Fotos, Logos, Texten. Also alles, was man drucken kann, können wir erst mal auf Pralinen und Schokoladen drucken. Ja, also zum einen sind wir ein kleiner Handwerksbetrieb und stellen schon ab einer kleinen Stückzahl her. Das ist möglich schon ab einem Pralinenkarton oder einer Tafel Schokolade. Ja, wir beraten unsere Kunden ganz individuell, entwerfen mit denen auch gerne zusammen oder gestalten mit denen zusammen gerne den Entwurf für den Druck. Ja, wir fertigen individuelle Geschenke für Mitarbeiter oder Geschäftsfreunde, essbare Tischdekorationen für Veranstaltungen oder Giveaways für Messen. Ja, wir brauchen eine gute Frage. Nein, wir brauchen eine gute Frage. Ja, wir brauchen ein paar Fragen. Vielen Dank.